ich habe mir jetzt mal so eine Dings gekauft, so eine LED zum wo man drehen muss, also quasi beim Anfang muss ich halt drücken, damit es leuchtet das ist ja schon ziemlich heftig, weil ich eigentlich nie drücken muss, damit es funktioniert Machst du gleich ein... Ja, ich schau mal... Lobby meinst du, oder? Nein, Lobby bin ich Lobby bist du? Da höre ich aber was oben Schau mal, dass es mich dort unten gleich geben Äh, hinten, Glasfassaden-Dingst abmacher, ja, das ist mich Das bist du? Ja Unten? Ja, du schießt mich jetzt da ziemlich heftig ab Geh zu, geh zu Hinten, das ist die Glasfassaden-Dusch Ja, genau Also, irgendeine ist unten, ich habe mich zusammengeschossen Einer rennt oben, jetzt geht es rein Wenn unten einer herumrennt, dann müsste ich ihn ziemlich schnell im Dings kriegen Das ist weit weg, denn Ah, ja, ja, ich bin... Du hast doch Gasmaske, oder? Ja Ja, zu spät Du hast gebrochen, du auch War noch hier Ja, okay Bleib einfach unten Jetzt kannst du wenigstens nach oben Ja, aber ganz schön Ah, der Aldi-Karte, der macht's schon wieder Bin ich jetzt oben? Ne Ja, da Ja Was mit Charmin ist, dass der nicht auch noch das Ding aufmacht, einer ist unten Das kannst du auch umschauen Ne, das ist der Aldi-Karte, der macht ziemlich viel Ach, scheiße, das ist wieder dein... Musst doch immer die Gasmaske drauf haben Was solltest du? Aber ich schlaufe jetzt eh bloß Ja, aber das ist halt eigentlich das Schlechteste Ich habe ja jede Menge für diesen... Ja, stimmt Ja, genau Warum schlaufe ich noch nicht wieder? Ich hab's doch doch gehabt Weil ich drücke auch noch oder was Drücken und halten Ne, ich halte einfach was drücken Ich komme ja runter Ja, aber was macht er denn? Ist jetzt direkt an mir Pass auf, der ist scheiße da Tja, hinter dir Aber das war ich Okay, da wir sind Gold der Level 2, das war jetzt wahrscheinlich die Leiche Ja Okay, ich geh jetzt runter Ja Wie geht mir hier nach? Ja, du wirst doch, das ist voll, oder? Nee, ich wirst Ja, wir sind unten Das ist der Gegner Aber oben, glaube ich, wird irgendwo kap Ja Was war Leidze? Soll ich mich ja auch angeschossen dabei Aber wenigstens ist alles ausgelöst Das ist echt nicht wahr Ich bin tot Ich bin wieder zugegast, Mann Ich spawne immer da hinten in dem Eck Garten oben Garten oben Ja, okay Ich dachte, der wird einfach bloß bisschen weggehen Und dann Stücke sagen Okay, unten ist okay Die Kai hier vom Spy Tracker her, der ist gemein verziert Weil das so weit reicht Ha! Optimösler Da hab ich hier noch eine Mine Dann geh ich irgendwo hier rein Die Gasmaske ist noch nicht voll Die Gasmaske ist noch nicht voll Ja, das ist so gut die Gäsemine Nee, das ist fast schon mit der Garten Das ist gewünstig Aber oben hab ich was gehört Gartenmäßig Ich hab gehört das in mir noch nicht vorher Ich schau mal keinem nicht Hacking in Progress Oben Mitte Oder Garten Entry Hall Der geht unten in den linken Schachtbein Achso Das ist ja mein Gebiet, ne Ist die denn vor allem nicht? Ja, du bist ja oben Aber jetzt gehört das bei mir einer ist Da wird's wahrscheinlich gar Fäden holen können Ja, da war ein Garten sich nix Der Wichser ist da einig Ist sogar oben Security Failure Schau mal die Kamera im Gang an Oben Ob die läuft oder nicht Garten ist Garten ist Garten unten Bist ja du? Ne Gegner Ja So bist ja du älter Du musst Ach, dich musst töten ja Was hast du da? Was hast du da? Ich will schauen, dass ich mich nicht mit einer Erode einbringen will Ja, der sind zwei Töcke rein Die laufen Wo hast du denn im Wind liegt? Mal vor dem Eingang halt Ach so, ich sehe ihn ja nicht Ach so, das wäre Sticky Cam So ein Wichser Der wird dann immer rauchen Wenn ich rauskomme Genau Wenn du so gerade daneben stehst Ist eigentlich schon irgendwo Wenn ich gerade vorbeigehe Die wird vor allem mit dem Internet ganz gerne eingesetzt Da hacken wir's kurz Damit der Gegner kommt Und dann läuft der Schnurrstags rein Okay, beide tot Beide tot? Ja, ich hab gerade den anderen umgebracht Den Garten Der soll ich versteckt gehabt Aber da habe ich das Beitrag hier drin sah Wo die Lustler ist Und der war Oben Beim Gartenziel Ich komm Ah! Der fällt gerade die Mine Und jetzt geht er hier zum Äh Komm, komm, komm Schmerz Ich hab was gebrauchen Ich geh dann gleich weiter nach unten Bist du? Rechts, rechts, rechts hinter dir Der ist nach unten gekommen Bleib da oben Ich geh runter Ja! Danke Was war das? Ich bin Tom Turbo Was einen Reiz macht Schmerz Wirst du, äh, aufladen? Äh, wäre nicht schlecht Musst du runter? So, dann muss ich zu dir kommen Ne, ich komm rauf Ich komm rauf Das ist besser Ein Aufzug Treffpunkt hinten vor der Aufzug So, dann schließe ich über die Tür So, dann schön langsam Schön langsam Ich hab's gesagt Schön langsam Ich hab's gesagt Nicht, dass wir uns wieder gegenseitig unterhalten Oh, warte mal denn Wann stratzelst du jetzt? Ja, jetzt komm her Okay, hast du das? Noll! Einmal reicht! Achso Ich hab dich jetzt geheilt auch Oh, du Ja, dann heil ich dir nochmal So, tschüss Du, 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 du kannst ja, du kannst ja nicht abfüllen von mir Du musst ja mit, äh, über dein Backpack abfüllen Oben Links Ne, ich schaff's nicht Was? Oben Rechts Wahrscheinlich Ne, Garten unten Wo war das? Erdgeschoss Kaffee Garten unten Null 40% da hinten Unten Okay, die inneren Ziele sind bei mir eigentlich ziemlich gut gesichert Oben Rechts Ja, das war ja Ja Was gibt's jetzt noch? Unten zwei und unten Wixer, wixer, wixer Rechts Sind die beide bei dir? Keine Ahnung Das war das auch Ich hab meine Gasmaske gelast Echt? Du hast sich das alles vergast Hast du nur eine Gasmaske? Naja, aber ich komm trotzdem weg Was? Ja, da hinten schlägt er an Was ist das? Ja, da Ja, der Der wollte unbedingt mal meinen Laf von der Nähe betrachten Ey, gehst du nach unten? Ich glaub hier Weiß ich was noch Rechts Ne Wo unten ist? Rechts Also rechts oben ist nur noch unten Links rechts Links hab ich ein Zweiklocke hin und rechts eine Miene Auf dem Weg Wir können die ja noch fixen Wird gejagt? Ja, das ist bei dir Ja, aber zu spät War das bei dir oben? Ja, aber ich hätte noch Schau Hört sich gut angeschlichen Gut angeschlichen Juuu 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 Wo sind denn die Ähm? Maniac Hat's früher mal geheißen Wo sind noch Pokémon Pokémon Goldene Edition Jetzt einmal den Spieß mal umdrehen Pah, Pah, Pah Schöner Ausrüstung, Ausrüstung passt Paisern der ist saugrei Der ist Paisern und ihm schon eh die Besten Und Herz schlagt gut Na, nicht Aquarius Dann noch lieber Factory Jaaa Und die Lebenszahl Die respawnzeit Lebenszahl und respawnzeit Lebenszahl und respawnzeit bitte Was dann noch wie der Aquarius Lebens- äh Lebenszeit und respawnzahl Ihr könnt schon Factory machen? Jaaaa Jaaa Andere Mäbchen haben wir schon lieber Hier vorne müssen wir gleich liegen Wo? Bisschen wir gleich liegen Bei Lebenszeit und respawn Ähh Lieben Lebenszeit und respawnleben Wie soll das sprechen? Wurrrrrr Mutieren Ja, er hat's Und der ältere kann dir einfach mal wechseln Nein, der kann's halt Der kann mal rüberkommen Achso Lebenszeit und respawnzeit Ja, ne Das mach ich ihm einfach Leben und respawnzahl Leer Mei Ayuriy Ayuriyoshi Ja, alles auf Max und es unterreffen will Okay, hat er schon Wir sind bereit Wir sind bereit Wir sind bereit Ach, geh, jetzt mehr Ein Aquarius mal ein Bausit und muss bald gerne Was soll ich bestätigen? W banco Okay.